Musik Wir sind hier auf der Cebit, die größte IT-Messe Europas und besuchen heute einige Aussteller. Vor allem wollen wir österreichische Unternehmen und Start-ups besuchen, die hier gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich ausstellen. Wir sind gestern angekommen, haben die Eröffnungsfeier besucht, wo unter anderem Angela Merkel die Eröffnungsrede gehalten hat, gemeinsam mit dem Premierminister aus Japan. Themenbereiche gehen von Robotik, Big Data, KI, künstlicher Intelligenz über die Drohnen, die öffentliche Verwaltung. Wenn wir natürlich auch für uns mitnehmen wollen, was sind die zukünftigen Trends, wo geht die Entwicklung hin? Aber natürlich, was heißt das für uns als Gesetzgeber, für das Parlament, um einen Rechtsrahmen zu gestalten, der Innovation zulässt, aber auf der anderen Seite Schutz für alle auch bietet und zum anderen natürlich auch die gesellschaftlichen Fragen thematisiert. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017